Wir müssen heute der bösen Lunch Lady in Roblox entkommen! Ob ich es tatsächlich schaffen konnte, erfolgreich auszubrechen oder ob sie mich einfach aufgegessen hat, werdet ihr heute sehen, deshalb lasst einen Daumen nach oben da, abonniert und jetzt viel Spaß! Okay Leute, wir sind in Roblox angekommen und ihr seht, ich befinde mich hier gerade einfach mal in der Schule, also dem absolut schönsten Ort auf diesem Planeten. Ja, und das coole ist, Leute, beziehungsweise eigentlich das nicht so coole ist, dass da hinten die Lunch Lady ist! Die hat einen riesigen Beil in der Hand und das Ding ist, Leute, die Lunch Lady gibt hier quasi immer Mittagessen aus, das ist quasi die Schulkantine und ihr könnt schon sehen, die gibt sich hier nicht so viel Mühe, also hier liegen überall Bananenschalen rum und Minen und einige Sachen, die will auf jeden Fall nicht, dass wir hier ausbrechen, aber das werde ich gleich ändern, Lunch Lady. Die ist nämlich Gott sei Dank so fett, dass sie gar nicht hier drüber kommt. Kann ich die anklicken? Was passiert dann? Äh, ich bin damit beschäftigt, meine köstliche Mystery-Suppe zu machen. Äh, ich schmecke kacke deine Mystery-Suppe! Oh, okay, ich habe das nicht so gemein, ich gehe ja schon! Ähm, oder wartet, wir tun so, als würden wir hier Sitzleute und einfach unser Mittagessen aufessen und wenn sie jetzt zur Seite guckt, dann springen wir einfach schnell und rennen hier hinten rein! Boah, boah! Ähm, meint ihr, die sieht mich hier? Ich bin gar nicht da! Hm. Okay, ich gucke jetzt einfach mal, dass wir hier oben drauf... Oh! Ey, da war auch jemand! Ich glaube, der Versuch gerade noch andere Kinder auszubrechen! Ey, aber mach dich nicht bemerkbar, wir dürfen nicht gesehen werden! Mach auf das Ding! Pass mich raus! Oh, Leute, ich glaube, die hat uns nicht gesehen! Ha! Ja, dumme Lunch Lady! Oh! Oh mein Gott, Junge, ich bin irgendeinem Müllheide reingerutscht, Leute! Yo, was macht ihr denn hier? Hey, was geht? Ähm, ähm, also Leute, wir ärgern natürlich keine anderen Spieler beim Ausbrechen, das macht man natürlich nicht! Ich will das nur kaufen, um mich hier im Notfall selbst, ähm, zu verteidigen, ne? Das will ich nur dazu gesagt haben, weil hier sind ja Minie, muss man ja echt aufpassen! So, deswegen machen wir hier ganz langsam! Wir schubsen natürlich auch niemanden runter hier, ne? Bye! Äh, ist sie einfach gestorben? Haben wir sie einfach, haben wir sie einfach wanted kaputt gehauen? Digga, warte mal! Ich muss, also, ich muss das nur nochmal testen, Leute! Man kann die einfach wanted töten, Digga, was? Äh, was ist das denn überirrenlos? Was ist das hier? Freifagen, Laserpistole, Babykanone, Carry-Modus! Uh! Ähm, Leute, macht das natürlich nicht nach, ne? Also, ha! Das ist natürlich nicht so cool, wenn man das macht, aber, äh, man muss das ja mal, ähm, ausprobieren! Äh, aber, wo ist denn das jetzt? Ich hab das doch gekauft! Ich bekomm's aber nicht angezeigt! Hallo! Ah! Ah! Oh! 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 Oh, man kann nicht springen, wenn man jemanden trägt, aber, ähm, das ist trotzdem gar nicht mal so kacke, weil, ähm, oh! Junge, ey, ich soll mich nicht selber umbringen! Du sollst hier rein, Mann! Ja! Ja! Okay, Leute, ich hab jetzt genug rumgetreut, wir brechen aus! Aber ich glaub, die hassen mich jetzt, ne? Die sind in AFK gegangen, die sind jetzt zu Mama pätzchen gegangen! Mama, die ärgert mich in Roblox! Haha! Okay, Leute, wir gucken jetzt, dass wir hier ausbrechen, bevor die böse Lunch-Lady noch kommt, um uns aufzuessen, Digga! Oh, hier ist auch richtige Müllhalde, guckt euch das an, Alter! Die, äh, die, Digga, was macht die mit ihren komischen Räumen hier? Hier liegt überall Müll rum, Alter! Holy moly! Okay, wir dürfen nicht auf die Minen draufdrücken, da müssen wir aufpassen! So, komm schon, komm, rausgefahren! Zack, 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 einmal rüber, zick, zack, und hier lang! Oh, das Laser, Leute! Den dürfen wir auf keinen Fall berühren! Das heißt, ganz langsam, links, rechts, und links, rechts, und da ist der nächste Checkpoint! Tür auf! Banana Pierce! Woher liegen Bananen, Leute? Guck mal! Hä? Hä? Warte mal! Ich glaub, die nächsten Roblox-Spieler kommen wieder, Leute! So, vielleicht müssten wir uns darauf vorbereiten, also, ich meine, man muss ja immer auf das Schlimmste vorbereitet sein, deswegen kaufe ich mir nur zu meiner eigenen Verteidigung natürlich ein Scharfschützengewehr! Das ist natürlich nur zur Selbstverteidigung, Leute, damit schießt mir natürlich niemanden ab hier, ne? Äh, ich meine, das wär ja echt... Verdammt! Ich wollt' natürlich nicht auf sie schießen, ich wollt' natürlich nur gucken, äh, ob die Wand hier, äh, ob die sicher genug ist, und jetzt lauf' ich nur zurück, weil ich hier was vergessen hab, ähm... Mann, hier ist ein Checkpoint! Ja, lauf' doch! Ich glaub, der hat keinen Bock mehr, okay, ich hör' schon auf, ist ja gut! Wie gesagt, ich wollt' nur testen, ob die funktioniert, Leute, vielleicht ist es ja noch ein Spielzeug-Bistro, das kann ja auch sein, deswegen muss man das ja mal ausprobieren, oh nein! Ich glaub, die Lunch-Lady! Die hat gemerkt, dass ich ausgebrochen bin! Beruhig dich, du fette Kuh, Mann! Ah! Oh nein! Ey, meine Waffen sind weg! Leute, die hat, glaub' ich, meine Waffe aus dir angeschlagen! Ey! Lass mich raus! Oh! Oh! Ich hab' hier Knopf gedrückt, ich glaub, wir müssen jetzt hier drüben lang! Junge, die Lunch-Lady will mich kaputt, doch mit dem komischen Beil da! Ja, fang' mich doch! Fang' mich doch! Fang' mich doch! Du, du bist dummes Eierloch! Oh! Oh! Ja, ne? Da kommst du... Okay, die kommt hier rein! Tübelein, wusste ich nicht! Oh! Ja, ne? Da bist du, bist du zu fett, ne? Ja, ja, ja! Ha! Junge, Leute, das ist doch richtig knapp, Alter! Aber ich hab' meine Waffen weggenommen! Digga! Ich will meine... Ich will meine... Ich will meine... Hallo, ich will meine Sniper wieder haben! Digga! Ey, Leute, ich glaub', die hat einem einfach die Sniper aus der Hand genommen! Blöde Kuh! Aber ich kaufe mir einfach nochmal! Egal! So, bam! Das war der Sniper wieder, Leute! Let's go! Okay! Ich meine, man muss ja auf alles immer auf das Schlips hier vorbereitet sein, so, ne? Deswegen... Digga! Oh mein Gott, was ist das denn? Die hat die überall Minie aufgelegt! Alter, die Junge, die sind Lanschläge! Die meint's echt ernst mit uns, Alter, hier! Oh mein Gott! Ja, ab nach unten! Aua! Oha, Leute! Ich glaub', wir sind hier in der geheimen Küche von ihr! Die ganzen ekligen... Braten, gebraten werden! Oh! Oh! Karotteneindopf! Oh! Oh! Leute, ich sag' ehrlich! Jetzt versteh' ich auch, warum das Essen von dir so komisch schmeckt! Das wird ja einfach in irgendeinem Keller, der voller Kacke ist, gefühlt! Irgendwann wird einfach hier Essen zubereitet! Aber vor allem auch übel unhygienisch liegen einfach auch so teilweise hier noch Besteck drin, wo einfach jeden Tag Leute drüber laufen! Hey, jetzt versteh' ich auch, warum das alles so eklig hier schmeckt! Oh, Leute, hier ist ein Cheeseburger! Ich spring' einfach auf Cheeseburgern, Leute! Oh mein Gott! Join! 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 Haha! Oh mein Gott! Aber denkt ihr, Leute, das ist ein krasser Endpostfight? Irgendwann geben wird? Junge, diese komischen Tacos da haben mich grad voll hops genommen! Jetzt aber! Jedenfalls, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass es einen richtig krassen Endpostfight gegen die Landsheddy geben wird! Ey, das wär' mir mal richtig cool! Bin auf jeden Fall echt gespannt, wenn's ein Endpostfight gibt, ob sie stark ist, Leute! Weil die ist ja schon fett, hat auch krassen Beile in der Hand, mit dem sie uns hier klein... Fucken will, Junge, was sind das denn für Monsterbeile, Alter? Ah! Oh mein Gott, ey, davon will ich nicht getroffen werden! Schnell, schnell! Schnell! Hallo! Junge, ich hab' die noch nur berührt, ich wurde schon klein gesäbelt! Oh, jetzt... Leute, wir haben's, wir haben's, wir haben's! Oh! Warten, warten, warten! Okay, auf Nummer sicher gehen und jetzt direkt wieder hier zack, 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 auf Nummer sicher gehen und warten, warten, warten und zack! Easy peasy, Leute! Das hätten wir! Oh! Hier fahren irgendwelche Sandwiches rum, Leute! Das ist einfach eine Sandwich-Straße und ich wurde Hops genommen! Guck mal, sind die Sandwiches so schnell! Oh! Warten, warten, warten und boing und boing und zack, wir haben's geschafft! Okay, weiter geht's, ich bin gespannt, was hier oben auf uns wartet. Ey, Leute, irgendwo wird die Landstätte nochmal auf uns warten, ich sag' euch ehrlich, die wird nicht so leicht locker lassen und ich wusste es, die Landstätte ist wieder da! Ey, komm schon! Wir können doch über alles reden, Mann! Nicht schon wieder, warum ist das so schnell? Ah! Drück Knopf! Drück Knopf! Ah, spring nach oben, schnell! Oh mein Gott! Oh! Ha! Ja, fang mich doch, ey! Kommst nicht hoch, ne? Oh, Oma! Hehehe! Ja, Leute, ich glaub' ich hab' die Landstätte nicht ausgenommen. Guck mal, ich kann nix machen. Ja, ich schieß dich nochmal ab hier mit meinem Gewehr, was hättest du davon? Bam! 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 Okay, ich glaub', sie feiern das nicht so mit dem Gewehr. Die ist gefühlt unsterblich, tu mir leid. Aber wisst ihr, wer nicht unsterblich ist? Ihr hier! Ja! Okay, das ist nicht lustig. Ich hör' ja schon auf, Leute. Okay, ein bisschen lustig fand ich's schon. Ich hab' einfach gespawntrapped. Hä? Ihr könnt nix machen, weil ihr alle nämlich nix machen könnt. Hier. Was wollt ihr jetzt machen? Ich trag' euch hier einfach zurück. Tschö! Oh. Ja, ne? Ich kann euch einfach zurücktragen. Was hättet ihr davon? Ich trag' dich einfach zurück, Leute. Ich kann nicht springen damit. Kacke. Wenn man jemanden trägt, kann man nicht springen. Oh! Mann! Egal. So, ich trag' dich jetzt. Ich lass' dich nie wieder runter. Mein, ich kann hier einfach die ganze Zeit tragen. Oh! Oh, okay. Das geht anscheinend auch nicht. Aber ich kann mir natürlich auch einfach hier ein Treadpack kaufen. Und mit dem davonfliegen. Das können wir auch machen. Ich mein' kostet 250 Robux. Bitte macht das nicht nach, Leute. Aber ich mein' so'n Chatpack. Da lässt man sich nicht um... Ah! So funktioniert der. Wuh! 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 Hä? Warum kann die auf dem Eis laufen? Ey! Stehenbleiben! Ja! Ich hab sie! Ja! Ah! Tschüss! Ja, Junge. Ich hab die Sobs genommen, Leute. So, komm. Wir fliegen einmal rüber. Zack, zack, zack. Komm, schutt, komm, schutt, komm, schutt. Wuh! So, stehenbleiben, du Maus. Jetzt hab ich dich abgeknallt. Ende im Gelände. Ich sperr dich ein. Zack. Okay, Leute. Weiter geht's. Oh! Bro, was? Bro, was ist das denn? Ich wollt grad sagen, wie will man hier langkommen nochmal? Hier, ne? Du Kleine. Komm her jetzt. Ich kann dich tragen. Hallo! Hallo! Ich kann dich tragen. Ich glaub, der hat nicht so gutes Internet, Leute. Egal. Brechen einfach weiter aus und berühren nicht diese komischen... Ja, perfekt. Was ist das eigentlich? Das sind irgendwelche komische Schneidedinger. Aber ich bin durchgekommen. Hier geht's weiter. Ich will dich tragen. Komm her. Ja, ich kann sie tragen. Yippie! Ich hab's ja immer in die Bombe reinged... Ähm. Okay, ich glaub, mir geht's nicht so gut, Leute. Ähm. Und wer bist du? Und du? Und du? Ups. Tut mir leid. Entschuldigung. Junge, dieses Sniper ist so unfair, Leute. Ich schwör auf alles. Dieses Sniper ist wirklich so geisteskrank unfair. Das ist nicht mehr normal. Ja! Die hat nämlich Laser. Das erinnert mich vorhin aus Barry-Gefängnis, Leute. Ey, meint ihr, es gibt einen End-Boss-Kampf? Ich... Oh, oh! Junge, wie schnell! Oh mein Gott, wie schnell, wie schnell, wie schnell! Oha. Denkt ihr, es gibt einen End-Boss-Kampf? Ich weiß es nicht, Leute. Es wäre aber übel cool, wenn es einen geben würde. Oh! Aua! Wo bin ich denn gelandet? Das ist einfach ein riesen Sandwich. Und ich kriege immer nach oben mit meinem Jetpack. Zack, 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 zack. Ab nach oben. Oh mein Gott, Leute. Das sieht ein bisschen wie ein End-Boss weiter hinten aus. Ich sag ehrlich. Es sind wieder irgendwelche komischen Gabeln, die sich drehen. Oh mein... Dicker! Was war das denn? Ich hätte mich ja komplett auseinandergenommen. Ha! Easy. Ey! Hallo. Hallo. Easy peasy. Lemon squeezy. Yep! Ab euch. Danke. Oh! Hier ist Trumbum-Kaugummi, Leute. Und die sind überall Dynamitfallen aufgelegt. Dicker, warum stellt die überall Fallen auf? Dicker, der hat überall C4... Dicker. Bro, was? Auf was bin ich denn gerade draufgetreten? Holy moly. Irgendwie soll man hier vorbeikommen, ohne zu sterben. Oh mein Gott. Ich hab's, Leute. Ich hab's. Ich hab's. Okay, weiter geht's. Was ist hier? Das schaut zu einfach aus. War mir klar, die Dinger fallen nach unten. Ha! Schneller! Oh mein Gott. Leute, da vorne ist ein End-Boss, glaube ich, oder? Meint ihr, das ist der End-Boss-Fight? Ey, das könnte echt ein End-Boss-Fight werden, Leute. Hier, die Kekse fallen nach unten. Digga, es könnte wirklich eine End-Boss-Fight geben, Leute. Überlegt mal. Oh mein Gott. Leute, die sind am Ende. Ey, das könnte ein End-Boss-Fight gehen langen, schnell, die werden. Oh mein Gott, komm schon. Renn. Schneller. Renn. Schneller. Renn. Schneller. Renn. Schneller. Komm schon. Oh mein Gott, Leute. Soll ich da wirklich reingehen? Ich weiß nicht. Das sieht wirklich wie ein End-Boss-Fight aus, ne? Hier müsst ihr es kurz angucken. Was ist das da? Das ist nämlich Karotten, irgendwelche Messer und dann ist, glaube ich, der Ausgang. Aber ich höre irgend... Ich hab auch jemanden schnarchen gehört, ey, Leute. Wenn ich da jetzt wirklich reingehen soll, lass einen Daumen nach oben da nochmal. Vergesst nicht zu abonnieren. Und schau das Video jetzt unbedingt noch bis zum Ende. Ich würde sagen, wir gehen jetzt da rein. In drei. Zwei. Eins. Und los geht's. Ich komme. Lady. Okay. Ey, das war jetzt nicht ausgemacht, dass du so groß bist. Digga, was? Ey, wo bist du so groß auf einmal? Oh, die schießt Sachen auf mich. Ich hab irgendeine Bazooka bekommen, Leute. Oh mein Gott. Junge, warum ist die so groß? Die schießt Essen und irgendwelche... Die schießt Messer auf mich. Und Tomaten. Oh mein Gott, komm schon. Friss das, Leute. Drück mal die Daumen. Komm schon, Lunch Lady. Friss auch so Gemüse. Bam. Bam. Boom. Oh mein Gott, ey, Junge. Junge, hallo. Übertreibt doch nicht so krass. Ein bisschen Ausweichtaktik machen, Leute. Okay, wir laufen hier hinter. Wir verstecken uns hier. Hinter diesen Teilen. Kann ich mich treffen? Junge, wie konnte ich mich treffen? Ich war doch versteckt, Mann. Junge, okay. Ey, ey, jetzt letzter Versuch, dumme Lunch Lady. Junge, wer soll denn wissen, dass man sich da nicht verstecken kann, Alter? Ey, Junge, ey. Vor allem, ich seh nix, wenn ich so laufe. Ich hab Angst, dass ich in Lava reinlaufe. Junge, jetzt frisst Obst und Gemüse. Jetzt nach links laufen. Antäuschen. Links. Wieder rechts laufen. Antäuschen. Zack. Jetzt wieder links laufen. Doch rechts. Wieder links. Doch rechts. Angetäuscht. Ja, nehmen die komplett Tops, Leute. Schießen. Schießen. Links. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Angetäuscht. Ich laufe links. Ist doch nicht verarscht. Ich laufe doch rechts. Ha. Und nimm das. Junge, warum hat die so viel Leben, Digga? Kann ich so schnell schießen damit? Ist ja nix. Ich hörs Pürsen, Leute. Ha. 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 Okay, komm schon. Sehr gut, sehr gut. Jetzt nochmal links. Digger, warum ist das OP? Nee. Junge, das kann doch nicht sein, Alter. Junge, ist das stärkste Endboss, den ich jemals gekämpft habe, Junge. So, links laufen. Doch rechts. Angetäuscht. Ich schieße wieder in dein Gesicht rein. Okay, komm schon. Komm schon. Links laufen. Angetäuscht. Ich laufe doch wieder rechts. Angetäuscht. Wir müssen in dein Gesicht reinschießen, Leute. Ja. Gutes Streak. Gutes Streak. Gutes Streak. Ja. Einfach rein. Ich glaube, einfach im Kreis jetzt, Leute. Ich glaube, die aimt immer daneben, wenn wir im Kreis laufen. Ah, ich habe die Taktik, Leute. Jetzt schön die mal reinballern ins Gesicht. Sehr gut. Nimm das Lachlady. Oh mein Gott. Wir besiegen gleich einfach die Lachlady in Roblox, Leute. Jetzt auf jeden Fall links lang. Wir haben fast die Hälfte. Wir haben fast die Hälfte. Wir haben fast die Hälfte. Komm schon. Fast die Hälfte. Komm schon. Ja. 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 Sehr gut. Wieder rechts laufen, Leute. Wieder rechts laufen. Wieder links laufen. Wieder angetäuscht haben die Hälfte. Sehr gut. Nicht in den Lava reinfallen. Nicht in den Lava reinfallen. Nicht in den Lava reinfallen. Wieder rechts laufen. Sehr gut. Trifft mich nicht. Trifft mich nicht. Ich bin einfach im Kreis. Nicht reinfallen. Nicht reinfallen. Die Lava rein. Die Lava rein. Nicht reinfallen. Nicht reinfallen. Oh mein Gott. Doch links laufen. Okay. Ich hab mal fast die Lava rein. Aber ich nicht sehe. Komm schon. Komm schon. Wir haben sie gleich. 190. Rechts laufen wieder, Leute. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Wir haben sie gleich. Komm schon noch ein bisschen. Komm ein bisschen, Leute. Noch ein bisschen. 60. Bitte, bitte, bitte. 40, 30. Bitte. Letzter Schuss. 3, 2, 1, boom! Was machst du hier? Weg mit dir! Oh. Digga, wenn ich die jetzt kille, die muss ich jetzt von vorne anfangen, Leute. Okay, das musste noch sein, Leute. Lasst uns rauslaufen. Ey, hier müsste, glaube ich, jetzt das Ende sein, oder? Das ist das Ende, oder? Ey, bitte sag, das ist das Ende. Bitte sag, das ist das Ende. Bitte! Ja! Wir haben es geschafft! Oh mein Gott, Leute! Wir sind der Lunch Lady in Roblox und Kopf. Ja! Yippie! Let's go! Konfetti und... Warum ist das denn hier? Raus mit dir! Ich habe gewonnen hier! Weg mit dir! Das ist mein Sieg! Raus mit dir! Ende im Gelände! Ey, Leute. Guckt euch das an. Hier einfach richtig schön angerichtet. Hier ein paar Burger reinfressen. Ich würde sagen, Leute, wenn ihr bis hierhin geguckt habt und euch das Ganze gefallen hat, lasst einen dicken Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos den Kanal zu abonnieren. Hier kommen jeden Tag Videos. Deswegen checkt euch auch noch sehr gerne eins dieser beiden Videos hier ab. Und jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich von... Wir verabschieden uns, Leute. Ciao, ciao! Oh! Euer Untertitelung des ZDF, 2020